Ja, wir haben jetzt lange keine Diagnostik durchführen können, auch so mit externen Leuten dazuholen, gerade beim Laktatleistungstest. Deswegen haben wir jetzt mal gesagt, okay, die ersten drei Tage machen wir jetzt wirklich nur Diagnostik, um reinzukommen, damit wir eine Basic haben. Die Jungs sind ausgeruht, kommen wieder aus dem Urlaub und darauf kann ich dann aufbauen, kann Trainingspläne erstellen, ob das jetzt Sprung ist, ob das jetzt Sprintdaten sind, die ich mit dazunehme, ob das jetzt beim Krafttraining ist. Deswegen wollen wir das jetzt mal isoliert machen und dann geht es ab Montag bzw. eigentlich schon ab Samstagmorgen dann auf den Platz los. Also wir werden das auf jeden Fall wiederholen. Wir haben ja mehr oder weniger zum Glück eine längere Pause dann auch nochmal im November, eine andere Saison diesmal und da werden wir das dann auf jeden Fall nochmal wiederholen.